Das ist der Sonnenweg. Dort wohnen der Pensionist Herr Reisberger, die Jungfamilie Hinterleitner und das Ehepaar Seidel. Ihr Stromverbrauch wird mit mechanischen Zählern gemessen und nur einmal im Jahr erfasst. Damit hat keiner den Stromverbrauch im Blick. Außer Herr Reisberger. Er liest einmal pro Woche seinen Stromverbrauch manuell ab. Grund dafür eine unangenehme Nachzahlung wegen eines defekten Kühlschrankes, der unbemerkt geblieben ist. In Zukunft kann das nicht mehr passieren. Smart Meter, das sind digitale Stromzähler, die künftig die alten Zähler ersetzen. Dadurch bekommen die Stromkunden bessere Verbrauchsinformationen. Und das Stromnetz wird durch die Digitalisierung fit für die lokale und regionale Stromerzeugung mit vielen kleinen Anlagen. Die Bewohner des Sonnenweges bekommen heute die digitalen Zähler. Wie alle Kunden sind auch sie rund ein Monat vor dem Tausch persönlich informiert worden. Herr Reisberger hat sich für den konventionellen Smart Meter entschieden. Dieser übermittelt einmal täglich den Zählerstand. Ab sofort kann er die Tagesverbrauchsdaten bequem online einsehen. Familie Hinterleitner hat sich für den Prime Meter entschieden. Dieser übermittelt einmal täglich die im 15 Minuten Abstand festgehaltenen Zählerstände. Damit kann eine größere Auswahl von Stromtarifen genutzt und dadurch gespart werden. Das Ehepaar Seidel nutzt den Blind Meter. Ihr Zähler speichert keine Daten und übermittelt nur am Stichtag der Abrechnung den aktuellen Zählerstand. Die Funktionalität kann übrigens jederzeit wieder geändert werden. Über den Datenschutz machen Sie sich keine Sorgen. Schließlich wissen Sie, dass die Salzburg Netz GmbH modernste Verschlüsselungstechnologien nutzt. Und aktuell durchgeführte Untersuchungen belegen, dass die elektromagnetischen Werte bei der in Österreich genutzten Technologie vernachlässigbar sind. Erfahren Sie alles zum Thema Smart Meter unter salzburg-netz.at slash smart meter